Warte auf, da kommt ein Hunter! Da kommt ein Hunter geflogen! Nein! Hat der mich nicht? Der hat mich nicht gesehen? Doch, hat er. Hallo? Ja bitte? Haben Sie meine Frage beantwortet? Ich habe sie nicht verstanden. Welche Frage denn? Hat der eine Frage gefragt jetzt? Ich verstehe das alles nicht. Ich bin Mechaniker, ich habe repariert. Mechaniker. Lassen Sie den Mann in Ruhe. Wenn Sie an ihn wollen, dann machen Sie einfach an mir vorbei. Bitte gehen Sie mal bitte alle zählen. Schau jetzt verschwind mal bitte alle vom Polizei. Michael. So. Herr, ähm, Mechaniker. Ja? Äh, ich habe Sie gerade gesehen wie Sie bleiben. bei dem Hunter, äh, versucht haben ihn aufzusehen. Äh, das ist eine Straftat und ich werde wahrscheinlich einen Straftat an Sie ausstellen. Herr Michael. Wir haben da leider ein Problem. Jetzt ist Feierabend hier. Jetzt ist Schluss. Ich habe Sie gewarnt, der Hunter wird jetzt in Action treten. Jetzt ist Feierabend. Die reden nicht hier mit dem... Die reden nicht mit mir in diesem Ton, junger Mann. Hier spricht der Mechaniker. Und der Hunter wird sich jetzt in Bewegung setzen, wenn die jetzt nicht mich los machen. Hilfe, 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 Hilfe. Hunter, go. Hunter, go. Ich glaube, hier Hunter fährt gerade weg. Hunter, Hunter, go. Schüsse, Hilfe, Hilfe. Machen Sie mich frei, ich helfe Ihnen. Ich bin Mechaniker, ich kann helfen. Oh, oh, oh. Ich glaube, hier ist irgendwas hochgeflogen. Boten weg von den Dingern. So, Herr Mechaniker. Wenn Sie nochmal so im lauten Ton und so fred sind, gibt es demnächst mal ein Ticket. Okay. Alles klar, Herr Raider. Gute Arbeit. Weiter so. Meins, meins, meins. Weiter so. Absolut, das lassen Sie mal. Ey, nicht. Pass auf, da kommt ein Hunter. Da kommt ein Hunter geflogen. Geflogen. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Sie gewarnt. Da kommt ein Hunter geflogen. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Hahaha.